So viele Menschen berichten mir, sie seien müde, erschöpft, antriebslos, ohne Inspiration und Motivation. Sie wachen erschlagen auf, müssen sich zu allem zwingen, sind oft traurig und können keine Freude mehr empfinden. Warum ist das so? Und was können wir dagegen tun? Darauf möchte ich Ihnen in diesem Video eine Antwort geben. Wie sieht es denn derzeit auf Ihrem Energiekonto aus? Genau, die wenigsten von uns haben es auf dem Schirm und denken darüber überhaupt nicht nach. Dabei sollten Sie es mindestens mit der gleichen Sorgfalt im Blick behalten wie Ihr Bankkonto. Um dieses Bewusstsein etwas zu schärfen, ziehen Sie doch einmal Energiebilanz, wie ich Ihnen auf einem früheren Video schon einmal empfohlen habe. Wofür geben Sie Energie aus und auf welche Weise nehmen Sie Energie ein? Darum hier gleich ein erster Tipp. Nehmen Sie ein Blatt Papier und stellen in zwei Spalten Ihre Energieräuber und Ihre Energiespender gegenüber und ziehen dann ein Resümee. Welche Faktoren überwiegen in Ihrem Leben? Ziel dieser Übung ist, dass Sie sich grundsätzlich einmal bewusst machen, wodurch Sie Energie verlieren und wodurch Sie Energie gewinnen. Ob unter dem Strich ein Plus oder ein Minus steht. Nachdem Sie sich einen Überblick über die Energiespender und die Energieräuber in Ihrem Leben verschafft haben, folgt gleich Tipp Nummer zwei. Nehmen Sie sich bitte für eine Woche folgendes vor. Führen Sie jeden Tag Buch darüber, was auf Ihr Energiekonto eingegangen ist und wie viel abgehoben wurde. Ob mehr auf der Soll- oder mehr auf der Haben-Seite steht. Dadurch wird Ihnen klar werden, was oft ganz unmerklich und unnötigerweise durch energetische Daueraufträge, so könnte man sie bezeichnen, die Sie eigentlich schon längst stoppen wollten, aber immer noch nicht gekündigt haben, von Ihrem Konto abfließt. Natürlich kann man nicht von heute auf morgen sein ganzes Leben umkrempeln und alle Energiewampire aus dem Alltag verbannen, aber einige kleine schon. Und damit können Sie sofort beginnen. Wenn wir über Energiespender und Energiekiller nachdenken, wirft das eine neue, doch sehr wichtige Frage auf. Hat Energie denn nicht eigentlich auch eine Qualität? Gilt der Grundsatz, Hauptsache Energie egal wodurch, so wie viele über Geld denken? Gleichgültig, auf welche Weise man es verdient, entscheidend ist, dass das Konto im Plus steht. Aber glauben Sie mir, unredlich verdientes Geld wird Sie niemals zufrieden machen und Ihnen auch kein Glück bringen. Die Quantität Ihres Geldes macht es nicht. Es ist die Qualität. Die aber wird auf Ihrem Konto nicht ausgewiesen und auch nicht verbucht. Gibt es da Parallelen bei der Energie? Gibt es denn so etwas wie positive und negative Energie? Gibt es gute und schlechte Energiequellen? Möglicherweise tauchen auf Ihrer Energieliste, die Sie gemacht haben, auch Personen auf. Kein Wunder, denn bei jedem zwischenmenschlichen Austausch spüren wir eine Art Energiefluss, eine bestimmte Qualität von Energie. Positiv, negativ, aggressiv, freundlich, wertschätzend, respektlos. Auch an bestimmten Orten ist Ihnen das sicherlich schon passiert. Sie kommen in ein Haus und auf einmal fühlen Sie sich extrem unwohl. Irgendein undefinierbares, ungutes Gefühl, ein Unbehagen, eine seltsame Schwingung in der Atmosphäre treibt Sie sofort wieder rückwärts hinaus. Genauso umgekehrt. Sie kommen herein und sofort fühlen Sie sich wohl. Irgendwie zu Hause. Wollen gar nicht mehr gehen. Das ist nicht messbar. Ganz schwer zu greifen. Sie denken, da bildest du dir jetzt aber wirklich etwas ein. Und genau diese so schwer fassbaren Eindrücke, diese qualitative Energie, versuchen wir nun etwas genauer zu ergründen. Sprache zum Beispiel kann freundlich, liebevoll und sanft oder aber harsch, aggressiv und beleidigend sein. Physikalisch betrachtet passiert beim Sprechen aber immer das Gleiche. Chemische Energie, gespeichert in unserer Energiewährung, dem ATP-Molekül, Adenosintrifosphat, heißt dieses Molekül, wird zur Bewegungsenergie in unseren Stimmbändern, der Zunge, den Lippen verwandelt. Luftteilchen werden in Bewegung gesetzt und es entstehen Schallwellen. Diese Schallwellen treffen auf das Trommelfell unseres Gegenübers, setzen es in Schwingung, übertragen diese Schwingung auf die Gehörknöchelchen, dann an das Innenohr, Nerven werden angeregt, elektrische Energie wird erzeugt, in Synapsen zu chemischer Energie umgewandelt und schließlich nehmen wir das gesprochene Wort in der Großhirnrinde unseres Gehirns bewusst wahr. Das ist ganz nüchtern analysiert und so läuft es physikalisch, physiologisch und biochemisch ab. So weit, so gut. Alles nur Energieübertragung. Quantitativ betrachtet. Doch was ist mit der Qualität? Der reine Energiegehalt von Schallwellen einer Aussage, wie Sie sind ein Vollidiot oder Sie sind wundervoll, wird sich vielleicht nicht unterscheiden. Doch erzeugen sie bei uns gefühlt komplett unterschiedliche energetische Wirkungen. Die Quantität der Energieübertragung aus diesen Worten ist vielleicht dieselbe. Der qualitative Aspekt unterscheidet sich aber grundlegend. Energetisch betrachtet, aber ist er nicht messbar. Die Physik hilft uns also hier nicht weiter, wenn wir uns mit der Qualität von Energie beschäftigen. Darum versuchen wir doch mal, uns wieder einmal Rat von der ältesten Wissenstradition der Menschheit, das ist nämlich die vedische Wissenschaft, zu holen. Ayurveda und auch Yoga gehören zu diesem unermesslichen Weisheitsschatz. In Bezug auf unser Beispiel würde uns ein vedischer Gelehrter erklären, dass Sprache, wie alles andere auch, ganz unterschiedliche energetische Wirkungen entfalten kann. Um das besser zu verstehen, würde er uns nun mit den sogenannten drei Gunas, Satva, Rajas und Tamas bekannt machen. Demnach ist es nicht nur entscheidend, was man sagt, sondern auch, wie man es ausspricht und aus welchem Beweggrund heraus, welche Energie man vermittelt oder vermitteln will. Darum würde er uns ein altes indisches Sprichwort verraten. Das heißt, sag immer die Wahrheit, aber sag die süße Wahrheit. Was aber genau sind die drei Gunas, Satva, Rajas und Tamas? Sie repräsentieren das, was wir qualitative Energie nennen. Dabei übernimmt Rajas den Antrieb. Satva und Tamas erhalten die Richtung der Bewegung aufrecht. Die Natur von Tamas besteht darin, zu bremsen und zu verlangsamen, den Status also zu stabilisieren, damit sich dann mit Hilfe von Satva die nächste Entwicklungsstufe vollziehen kann. Übertragen wir das beispielsweise auf ein Auto, dann ist Rajas das Gaspedal, Tamas die Bremse und Satva das Lenkrad. Wenn wir vor einer Kurve nicht abbremsen, können wir die Richtung nicht halten. Darum ist Tamas oder die Bremse für den evolutionären Prozess ebenso wichtig wie Rajas, das den Fortschritt vorantreibt und Satva, das die Richtung vorgibt. Im Prozess der Evolution spielen sie immer zusammen. Der Sanskrit-Begriff Gunna, also für die drei Gunas, Satva, Rajas und Tamas, bedeutet auch Eigenschaft. Demnach stehen die drei Gunas für die Eigenschaften von all dem, was sie hervorbringen. Einen Menschen, der von Satva geprägt ist, charakterisieren die folgenden Merkmale Reinheit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Gleichmut, innere Ruhe, Optimismus, Begeisterung, Offenheit, Mut, Freude, Fröhlichkeit. Sie sehen rundum positive Eigenschaften. Rajas verleiht diese Eigenschaften. Ehrgeiz, Habgier, Neid, Missgunst, Eifersucht, Aggressivität, Zorn, Ungeduld, Unbeherrschtheit, Rechthaberei. Und wenn ein Mensch von Tamas geprägt ist, zeichnet er sich aus durch Trägheit, Faulheit, Lethargie, Lustlosigkeit, Zweifel, Niedergeschlagenheit, Feigheit, Ängstlichkeit, Verlogenheit. Bemerken Sie, was es in Ihnen auslöst, wenn ich nur die Worte ehrlich und redlich benutze oder neidisch und geizig oder verlogen und falsch. Spüren Sie den Unterschied allein in der qualitativen Energie. Ehrlichkeit beispielsweise ist ein Zeichen von Sattva. Wenn ich einem anderen Menschen in liebevollem Ton ein ehrlich gemeintes Kompliment mache, kann ihn das energetisch heben. Ich vermittle ihm sattwische Energie. Wenn ich ihn harsch zurechtweise, kann ich ihn damit möglicherweise animieren, sein Verhalten zu überdenken und ihn motivieren, sich mehr Mühe zu geben. Ich vermittle ihm rajasische Energie. Wenn ich über ihn Lügen verbreite, kann ich ihn demütigen, demotivieren und energetisch demoralisieren. Ich vermittle ihm damit tamassische Energie. Was kann ich nun ganz konkret und praktisch tun, um mich nicht nur quantitativ energetisch aufzuladen, sondern auch qualitativ? Dafür möchte ich Ihnen gerne drei Tipps geben. Nummer eins. Unsere Nahrung gibt uns Energie. Wenn Sie etwas essen, dann achten Sie aber bitte unbedingt auf die Qualität der Nahrungsmittel. Denn das bestimmt die qualitative Energie. Woher die Nahrung kommt, wie sie angebaut wurde, wie lange sie gelagert wurde, ob sie frisch gekocht ist und zu welcher Tageszeit sie sie essen. Denn wenn Sie mittags ein wunderbar, liebevoll gekochtes Menü zu sich nehmen, dann gibt Ihnen das möglicherweise viel Energie. Wenn Sie das gleiche Gericht nachts um zehn zu sich nehmen, raubt es Ihnen Energie. Warum? Weil Sie es nicht mehr verarbeiten, verdauen und verstoffwechseln können. Und dann achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihr Essen immer mit Liebe und in guter Stimmung zubereitet haben, es schön anrichten und mit Aufmerksamkeit und einem Gefühl der Dankbarkeit zu sich nehmen. Nicht so einfach nebenbei am Computer oder während Sie negative Nachrichten hören. Das bestimmt die Qualität der Energie, die Sie sich geben. Tipp Nummer zwei. Schlaf regeneriert unsere Energie. Unsere Großmutter hat uns schon gesagt, der Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt. Es macht einen qualitativen Unterschied, ob wir von zwei Uhr nachts bis zehn Uhr morgens oder von 22 Uhr bis sechs Uhr schlafen. Wir fühlen uns anders, wenn wir aufwachen. Also die Zeit macht auch einen Unterschied in der Qualität der Regeneration und auch, ob Sie mit einer Flasche Wein oder einer Schlaftee-Zeremonie eingeschlafen sind. Das macht auch einen großen Unterschied in der Qualität Ihres Schlafs. Darum gehen Sie also möglichst früh ins Bett und es macht auch einen großen Unterschied, mit welchen Gedanken und Gefühlen wir einschlafen. Mit negativen, weil wir keinen guten Tag hatten oder ob wir uns ganz bewusst ins Gedächtnis rufen, was an diesem Tag schön war und wofür wir dankbar sein könnten. Vielleicht ist es auch an einem nicht so positiven Tag. Einfach nur die Lektion, die wir lernen konnten, über die wir aber vielleicht noch gar nicht nachgedacht haben. Das hat auch einen großen Einfluss auf die Qualität unseres Schlafs und der Energie, die wir durch den Schlaf gewinnen. Tipp Nummer 3. Um unseren Flüssigkeitsbedarf zu decken, können wir viel Kaffee, Cola, Softdrinks zu uns nehmen oder aber Kräutertees und ein gutes, sauberes Wasser. Ob wir eiskaltes trinken oder zumindest zimmerwarmes oder sogar heißes Wasser. Es macht einen qualitativen Unterschied für unseren Energiehaushalt, der unsere Energie positiv oder negativ beeinflusst. Warum? Einfach deswegen, weil kaltes Wasser, insbesondere wenn wir es zum Essen zu uns nehmen, beispielsweise direkt aus dem Kühlschrank, es hat drei oder vier Grad, natürlich die ganzen enzymatischen Prozesse negativ beeinflusst. Und Enzyme sind entscheidend für die Verarbeitung, für die Verdauung, für die Verstoffwechslung unserer Nahrung. Wenn wir allerdings warmes Wasser zu uns nehmen, heißes Wasser, beispielsweise einen warmen Tee, dann hilft das dem Verdauungsprozess. Und deswegen kann die Energie aus der Nahrung natürlich viel besser gewonnen werden. Viel mehr Informationen darüber, wie wir unsere Energie aufbauen können, habe ich in einem Buch zusammengefasst, in dem auch sehr viel mehr über Energie grundsätzlich steht. Es heißt, mehr Energie, falls Sie sich dafür interessieren. Natürlich werden wir uns im Rahmen dieser Serie auch mehr mit diesem Thema Energie, das ja so entscheidend wichtig für unser Leben ist, beschäftigen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie etwas daraus ziehen konnten, dann würde ich mich sehr freuen über ein Like. Und wenn Sie mögen, wenn Sie mehr Informationen rund um Ihre Gesundheit erhalten möchten, dann abonnieren Sie doch gerne diesen Kanal. Ganz herzlich, Ihr Ulrich Bauchhofer.